Am Mittelrhein regnet es am Dienstagmorgen bei Werten von 6 Grad. Im Laufe des Mittags wechseln sich Regen und trockene Phasen ab und das Thermometer klettert auf 9 Grad. Abends ist es regnerisch bei Temperaturen von 8 bis 9 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ist es bewölkt. Die Sterne sind dennoch vereinzelt zu sehen bei einer Temperatur von 7 Grad.